Zack, wir können es nochmal regnen lassen und jetzt lassen wir es in... Ja, ich will eigentlich da unten hinbauen. Dann machen wir... Da war eins hin. Bauen in eine neue Richtung. Zack. So. Dann würde ich auch schön alles zubauen, ne? Stier. Edelnis. Gedönsvieh. Juhu. Höhne versiegelt. Der Lebenstandard hat sich verbessert. Oh mein Gott, wie die Noten da am rumzappeln sind. Den Musikern geht es nicht gut. Hm. Dann werden hier viel zu viele Filme gebaut. Und weniger Häuser. Wir sollten was dagegen tun. Wir sollten eine Kälte benutzen. Und zwar die des Weizens. Gut. Gut. Und damit können wir mehr Menschen ernähren. Mit Weizen. Wir bauen hier nicht alles voller Filner und können dann mehr höheres Level erreichen. Siebter. 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 Genauso geht es. Genauso. Jetzt kommen wir mal nach oben. Zack. Einmal versiegeln. Genau. Oh. Schlechter Schütze. scrape da rein raus. Das ist Mordeues. Jetzt kommt ihr da raus weltweit durch. Wie oder? 集um? Nein. Echt? Dankeschön. Ich danke euch. Fuck. Ich schwinde, ey. Mann. Wirklich? Wie fühlt sich das auf speeds waren? Diese resanzen war das zu recursosbaut. 妹zsquidede coy. ein klitz naja baut ein wenig schneller meine freunde wenn die am bauen sind dann kann ich nämlich nicht zaubern was der geier wahrscheinlich zu für eine rechnung von für die die wisse nur eine wüste hat das green dort kann man jetzt eine pyramide sehen von der böse kraft da dürfen wir gleich drum kämpfen ja was ist damit voll was ist von dieser puja mysteriös mhm pflanzen wachsen blablabla blablabla jawoll kommen wir da hin bitte zack zack dann nochmal regen bitte ja zack und nochmal regen ich hätte ja den ganzen himmel voller wolken aber nein dieser gott kann noch maximal dieses kleine stückchen im benetzen benetzen so wird gebaut genau jetzt mal schön das ganze land nutzen alles besiedeln weg können wir noch bauen können wir noch bauen eigentlich können wir das alles weg ballern wir das geht mal auf den Sack komm in die Richtung stirb mit dämonen 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 du es wird wieder gebaut sie leben jetzt nicht mehr in strohhütten nein sie leben in zellen aua das tut weh das ist nicht nett du dämon Komm her. Du wirst... Wie heißt das denn? Cassandora. Niemals. Niemals. Belästig. Wieder mal gewesen. Genau. Jawoll. Mein Volk. Er droht mal ein Volk mit Tod und Sklaverei. Das ist Wahnsinn. Nein. Das ist... Actuaza. Nein. Okay. Das könnte er nicht, ne? Ist klar. Ist klar. Volk dir. Dämliches. Sind sie alle traurig. Oh. Ich hab mitgebetet. Wir sollten... Ein Level noch... haben, denke ich. Oh. Steine. Mit 7. HP beträgt 14. Schön, schön. 1500. Schaffen wir das noch? 1500? Nicht hier und... Könnte ich... womöglich... hier dann mal Gaben annehmen. Ja, was denn? Den Bogen nehme ich. Ja. Dann nehme ich... Bombe. Obwohl ich die nie wirklich brauche. Jawoll. Die Musik. Die man folgt beruhigt. In Bloodpool. Und... wir nehmen... die Zauber... Quelle. Bitte, 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 bitte. Ich hab sie gerne genommen. Auch wenn er runter viel Schrott war. Ne, nicht schon. Tausendmal bekommen hab. Aber ist ja... der Wille zählt. Und das nächste Mal... spricht er mich mit Gott an. Und lasse ich mich so in... blasphemischen... Äußerungen... hängen. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht. Kann man hier irgendwie was drauf zaubern? Ich bin mir gar nicht sicher. Erdbeben dafür haben wir noch nicht genug SP. Okay. Blitz. Ich weiß gar nicht. Kriegt das was? Blitz? Und? Was ist denn was passiert? Irgendwas anderes? Moment. Das muss für irgendwas sein. Ich weiß das. Ja. Ich weiß gar nicht. Nee. Auch nicht. Der Wind kann überall... wehen. Seltsamerweise. Mh. Nein. Nicht weiter bauen. Ich will hier was machen. Schöne. Ähm. Das geht nicht. Ja. Können wir noch nicht. Können wir noch nicht. Ja. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir direkt da rein? Oder noch ein Level machen? Ich mache ein Level, ich mache hier Offscreen einen Sand weg, weil das ist ja nicht mehr so spannend. Und dann sehen wir uns gleich.